Machen wir das hier schnell. Ulma, Sie übernehmen das Sturm-Team. Boris und Stephanie deckt den Komiker. Arteon und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so heilig, Obers? Wie wäre es mit einer Raukerpause? Wir sind zu furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verredigen. Ach, scheinbar. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Ich werde es wenigstens als Andenken mitnehmen. Ulma, genug Scherze! Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnwölf geputzen. Ja, mein Feldherr, wie Sie sagen, meinen General! Hier kommt die erste Herausforderung. Arteon, lege die Schalter hier rum. Greifgeschäftlich, sorry. Das sieht aber lustig aus. Schaffe, dass es kaputt ist. Arteon, stell dein Feuer rein. Das ist nutzlos. Das ist nicht nutzlos. Arteon, Arteon, bist du okay? Chill doch mal, Junge. Meine Güte. War das ein Schlüssel? Wart mal witzig. Habe ich jetzt einen Schlüssel gefunden, damit ich das Ding von aufmachen kann? Ui. Das ist der Hebel, den ich betätigen soll. Ich bringe was, bringe was weggetreten. Sorry, Jungs! Das, was ich jetzt mal durchschnachtlich dann gemacht habe. Das hätte ich mir einiges erspart. Muss ich ja jetzt mal sagen, ne? Komplett vergessen, dass ich eine Nachtsichtungs-Dingse habe. Das ist bestimmt, wenn ich mich sicher hätte. Ich bin ein wenig dick, wenn ich ihn nicht verletze. Das würde ich aber nicht so viel mehr sagen. Das ist das, dass ich die Einflüsse habe. Das geht dann einfach nicht. Das wäre wichtig, wenn ich jetzt nicht mehr... das wäre wichtig. Wenn ich mir das wäre, dann werde ich mich gemacht. Oh, ich muss wahrscheinlich einen Generator einmachen. Das sieht aus. Prüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Es ist zu dunkel und unheimlich da drin. Was machen wir? Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das ich hinterlassen habe. Okay, Höhle. Aller scheint es gut zu laufen. Ulman macht weitere seine Schätze. Mila droht ihn weiterhin mit zusätzlichen Dienstzeit. Das Ziel ist nahe. Ich kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass er niemals ein schrecklicher Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. Ich kann mich nicht mehr sehen. Vielleicht auch nicht so. Alles frei! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruch schon verloren habe. Ulman, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witzes sein lassen. Na also, ach, welch ein süßes Geräusch! Er �hrt, wenn wir uns richtig wohl schreiben können. Was wir jetzt zeigen? Wie stehen wir denn? Ich wünschte, wir hören uns ein network. Aber jetzt Rechts! Jungs! Jungs! Ich glaube, der Morizoro durchbohnt. Herz für das Mutterland! Für das Sterben an Altersfäche! Ach, halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Freie, Opest! Schaut mal, was hinter dieser Tür ist! Der ist so verpackt! Ich mach keine Hose! Geht er sofort los, mein Junge? Ui! Das ist ja eine Spinne! Auf der Linse! Los geht's! Na oben! Na oben! Na oben! Boris! Mein Freund! Warum? Ich rede hier. Ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht. Ich fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feuern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten und es mit uns Ärger eingebracht. Und das hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht so rechtzeitig am rechten Ort sein. Ich konnte meinen Kameraden nicht rechtzeitig helfen, und ihn nicht vom Rande des Todes zurückholen. Ich habe diese tapfere Seele in dieses Abenteuer geführt, das zu ihrem Letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeils auf eine Handfläche sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut verschmiert sind. Hört mir ein paar Minuten. Okay, los. Noch ein bisschen mehr. Aufhören. Ja, das machst du noch. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei. Geht wir. Großes Spiel, wie ich habe noch gar nicht gesehen. Das schaue ich mir mal an. Vorsicht, Männer. Vorsicht. Großes Areal schreit nach Tod, also noch hier. Er ist ja nach Kampf. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Die Veränderung ist los. Wir haben uns gefunden. Aufhören. Feuer! 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 Wir machen uns. Das ist es. Wir machen uns. Ich habe tu. Das war's. Gleich dich. Ah, Mann, 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 Mann. Wie ist die denn da? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Woher? Schwäne, Buri. Ja, wie mit Granat? Oh, Mann, was hier? Bewegung, Bewegung! Nicht stehen bleiben! Ding zu, Junge. Diese Tür führt nach D6. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Oh, die Tür geht zu und ich bin dann alleine. Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Ach du heilige Scheiße. Leck mich, Patrick. Ich hab jetzt schon Bock mehr. Eine regelhafte Spinnmonster. Ich kann kotzen. Ich geh das hin. Ich geh das hin. Oh, das hat er okay. Oh, das ist ein Wettbewerb. Ich muss das hin. Ich bin mir einschränkt. Ich bin mich, mein Mann. Ich bin mir dauer. Ich bin mir dauer. Das war's für heute. Hier kann ich die Flamme erwarten und Brudi. Das ist richtig. Das ist wohl eklig. Ich muss es nicht anzünden. Bade. Ja, wie ist denn der? Vielleicht liegt da was drunter. Oh, ne? Also, ich muss ja alle Möglichkeiten offen halten. Nicht? Ich muss es nicht anzünden. Hmm, gut. Zendooo! das ist das ist einfach das ist die teilbrüche und abfackeln jetzt mal davon aus schon auf jeden fall ja Ach ja, schützte Luftladen. Schön pumpen. Hier gibt es nichts. Wo ist es? Hier ist es, oder? Hier ist was. Hier ist es. Ne, Wahnsinn. Warte. 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 Hn. Hallo? Weht hier NCAS? Was? Ja, da drüben. Äh, muss ich hoch oder muss ich runter? Hallo? Ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in dem Boden unter Moskau begraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind berichten zufolge auf noch älteren Höhlen und Gängen gestoßen, die aus längst vergangener Zeit stammen. Und ihre namenlosen Schöpfer sind schon vor Jahrtausenden verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen, die von nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt vielleicht ein paar hunderte Generationen, danach gehe ich, der letzte lebende Mensch, groß ist eben dessen Weg. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich bin ja, das ist eigentlich sehr schön.